Dann befinden wir uns in einer neuen Runde Hans Showdown und ich soll ja nicht vergessen den Mike zu grüßen, den Dominik zu grüßen, den Tutti zu grüßen, den Kai zu grüßen, den Patrick grüße ich noch. Habe ich noch irgendwen vergessen? Wem kann man denn noch grüßen? Das weiß ich auch nicht. Okay, das ist immer gut. Wenn du das nicht weißt, dann wird das ausreichend gewesen sein. Oh, irgendwas hat mich da gerade in den Arsch gebissen. Und ich blute auch, aber ich trau mich. Ich muss mich, ja. So, jetzt muss ich mitten im Wasser, muss ich mich verbinden, weil ich sonst hier alles vollblute. Habe aber zeitgleich Angst, dass dieser scheiß Feuerteufel gleich kommt. Äh ne, Wasserteufel. Ich bin schon auf Gegner gestoßen hier. Oh. Die schließen ja direkt vor meiner Nase, wenn ich sie... Alter, das geht voll, ne? So, ich muss mich mal schnell hier stoppen. Mir eine Spritze versemmelt. Hast du schon einen getroffen, oder? Nein, aber ich höre sie sehr nah. Hm. Jetzt erst von rechts und jetzt von links. Vorsicht, da vor dir in diesem Häuschen ist einer. Also in diesem... Oh, oh. Warst du ja da, wo ich gerade hocke, oder? Ja, jetzt wo du... Jetzt, wenn du nach da guckst, hinter dir. Die sind jetzt aber in dieses Haus rechts, äh links neben dir reingegangen. Zwei Stück. Ah, alles klar. Okay. Aber du müsstest sie hören eigentlich, dass sie rumlaufen. Na, komischerweise. Das Haus, was du ja meinst, ist ja... Genau da drinnen. Ach, die sind hier... Ach, alles klar. Weil ich habe nämlich auf zwei Häuser gerade Ausschau gehalten. Ja. Zwei Stück sind da drinnen. Die lösen... Oh ja, die haben auch dieses Rätsel gelöst. Oh, cool. Ich weiß noch nicht, wo sie jetzt hin sind. Hör was? Ich höre... Was? Oh, ich habe Geld gefunden. Ich sehe bis jetzt hier niemanden irgendwie. Ich zeige nicht mehr. Was ist denn das da hinten? Hat das eine Laterne? Das ist ja eine grobe Stelle. Die haben sich ja ganz gut verpisst. Aber sowas von geschlichen. Warte mal, ich gehe mal nach oben. Ah, warte mal, ich sehe... Was? Du siehst einen. Ja, ich sehe Lichtpunkte. Ich bin ja ganz oben am Dach, ne? Und da vor mir ballern welche. So, scheiße. Also, ich habe Mündungsfeuer gesehen. Das ist auf jeden Fall... Wo sie ungefähr... Warte mal, was ist denn das da hinten, was da läuft? Ja, das ist ein Zombie, glaube ich. Da laufen zwei Meter Fackel rum. Das ist ja scheiße. Wo sind die denn, die alten Ficker? Siehst du, jetzt höre ich sie wieder schießen. Ich versuche mal, aufs andere Dach zu kommen, hier. Ja, hat geklappt. Oh, jetzt habe ich reingefallen. Das war ja natürlich total für den Arsch. So, gehe ich hier mal raus. So. Also, äh, hier, ne? Hier, dieses Haus, was vor uns ist. Ja. Da, dahinter, da waren ganz viel... Äh, da haben wir ganz viel Mündungsfeuer. Da haben die rumgeballert, irgendwie. Ja, in die Richtung müssen wir auch, ne? Mhm. Also, hier haben die rumgeballert, irgendwie. Ich weiß aber nicht, ähm, ob das jetzt mehrere... Gegner waren, die sich gegenseitig... Gegenseitig... Oh, was war denn das? Wir scheiß Teufel? Ja. Ja, er kriegt jetzt das mal ein paar vor die Fresse hier. Ja, genau. Können sich verpissen. Ja, laufen wir mal weiter. Habe ich keine Lust, dass wenn wir im Wasser sind, dass der uns wieder an den Arsch beißt. Dann ist sie aber eine zappen Dusse, dann lasse ich das Wasser ab von dem Teich. Das ist ja cool. Ja. Wasser ablassen und dann noch Chlor hinterher. Alter, genau. Und alles im Brand stecken. Ungelöschten Kalk. Oh. Da sind doch welche. Ja, hier rechts. Ach, scheiße. Hast du wen gesehen? Ja, ja. Vor mir. Der ist abgehauen. Die Frage ist wo, ob er es gemerkt hat, dass ich auf ihn geschossen habe. Ah, der ist... Ja, ich seh... Ich laufe mal hinterher. Ich seh, der ballert gerade, ja. Jetzt hat er sich... Der läuft hier hinten gerade ins Feld rein. Alter, warum läuft der hier weg? Was ist denn das für ein Kasper? Oh. Sind zwei. Einer ist im Busch. Und, äh, das... Der kommt jetzt gerade gleich raus. Ja, der ist offensiv. Alter, ein ganz schlechter Typ. Wo ist denn jetzt hin? Der ist wieder runtergelaufen. So. Ich bin einmal getroffen, aber... Ich seh ihn. Ist hier irgendwo im Busch hängen. Ja, rechts von dir. Ah, scheiße. Weil, äh, vor mir war nämlich auch einer. Ich stelle mir auch Partnersicht um. Ah, es müsste ich sehen nicht. Hm. Ja, ist doch schwierig, also. Das ist so dicht da. Wo ist er hin? Er ist nach rechts rein wieder. Im Busch rein. Aber der Typ, der ist... Der gefällt mir, weil der so offensiv ist. Oh. Ich würde ihn laufen. Ich sehe niemanden. Ich komme aber einfach jetzt zu dir und sterne mit. Hm. Ach da. Trotzdem gute Arbeit. Ich glaube, einen habe ich erwischt. Oh. Scheiße. Einen.